Also wir sind ja in Kanada jetzt, sind am frühstücken und wir überlegen gerade heute ist das Endspiel, also das Halbfinalspiel Deutschland-Italien. Und wir haben gesagt, wir fragen einfach unser Herz. Wer gewinnt? Ja mein liebes Herz, ich wollte dich fragen, weil wir können leider nicht gucken und wir würden gerne wissen, kannst du solche Fragen eigentlich auch beantworten? So wie ist das mit dem Spiel jetzt Italien-Deutschland? Wer gewinnt da? Beantwortest du auch solche Fragen? Kann man dich das auch fragen? Ja, natürlich kannst du mich das fragen, lieber Andri. Okay, Eva, würdest du mir kurz helfen? Ja, also Deutschland spielt ja jetzt gleich gegen Italien, das Spiel geht gleich los. Wer gewinnt denn? Wer kommt ins Finale? Deutschland oder Italien? Italien? Gerade hörst du auch Deutschland, was ist das denn? Du bist ja heute ein sehr, sehr, sehr wankelmütiges Herz. Ja, vielleicht ist jetzt eine andere Energie gerade da. Dadurch, dass die Kamera jetzt an ist? Ja. Aha. Kannst du mich nochmal bitte ganz konkret fragen, was du genau möchtest? Ich möchte wissen, gewinnt Deutschland heute dieses Spiel gegen Italien im EM-Halbfinale 2012? Weiter, reden wir mal bitte weiter. Kommt Deutschland ins Finale? Nein. Nein. Also das heißt, Italien kommt ins Finale. Okay, jetzt ist gerade eine Traurigkeit am Herzen. Das ist sehr interessant. Lass mal kurz dabei bleiben. Es ist eine Traurigkeit am Herzen, dass Deutschland nicht ins Finale kommt. Gerade war so diese Freude da, als so ganz vollkommen klar war, boing, natürlich kommt Deutschland ins Finale, weil das ganze Kollektiv möchte, dass Deutschland ins Finale kommt. Deutschland mit Spanien. Das hat viel mehr Ladung, als Italien und Spanien. Man weiß, dass Italien und Spanien mit die besten Mannschaften sind. Aber das Herz an sich, auch im Kollektiv in Europa, wünscht sich eine Mannschaft wie Deutschland mit Löh im Endspiel, weil das hat viel mehr Herz. Weil die Deutschen haben so was Rumpelhaftes aus. Und Deutschland hat ein Herz bewiesen, auch in der Weltmeisterschaft. Und viele wünschen sich so eine Mannschaft wie Deutschland dann schon hinterher. Weil da ist irgendwie eine andere Energie. Deutschland und Spanien ist mehr Energie als Italien. Spanien ist zu viel Feuer. Okay. Kannst du mich vielleicht nochmal fragen? Okay, ich frage mal. Liebes Herz, warum fühle ich denn eine Traurigkeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Deutschland dann doch rausfliegt? Ja, lieber André, das ist mir einfach nur ein Zweifel daran, dass du mir noch nicht so ganz vertrauen kannst und dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du trotzdem Freude fühlen kannst. Ja, aber warum das meinst du, also es ist was Persönliches bei mir mit Deutschland? Ja, vielleicht. Okay, das heißt, du bleibst dabei, liebes Herz, dass Italien ins Endspiel kommt. Ja. Also wir sind ja immer noch dabei, unser Herz zu fragen, wer wird heute gewinnen. Das Spiel ist jetzt vielleicht schon losgegangen. Deutschland gegen Italien. Ich frage jetzt auch mal mein Herz. Liebes Herz, bist du da? Ja, ich bin da, Eva, die ganze Zeit bin ich da. Okay. Wird Deutschland heute Abend das Spiel gegen Italien, das Fußballspiel der EM 2012, gewinnen? Kommt Deutschland ins Finale der diesjährigen EM? Nein. Kommt Deutschland über Plan. Kommt! 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 Kommt!